Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video von LetBetDat. Wir spielen heute den Geist und sind jetzt hier gespawnt. Wir spielen mit den Perks Räuber, Schattengeborener und Schlampeger, Schlachter. Wir können halt sehr schnell hier jetzt erstmal rumspielen als Geist. Das finde ich gut. Dann verfolgen wir mal die Jill Valentine. Die Deadhautet hier weg, aber nein. So geht das nicht mit uns. Die hätten OP-Pallet weg, das finde ich gut. Wir müssen auch, nachdem wir wieder erscheinen, welche treffen, dass das auch gut. Auf jeden Fall haben wir mehr Punkte in der Opferkategorie, 50 Prozent, was jetzt da nicht unbedingt so viel bringt. Ich will nur hier jetzt erstmal jeden Tag nicht was sein, wenn ich was gehört. So... Da ist der Keller. Ich glaube, das schaffen wir, wenn wir ihn vorne hängen. Drenhook-Felten ist positiv für mich. Wir haben zwei Leute nach dem Entfüllen schon beschlagen von vier. Das ist natürlich auch sehr gut. Haben natürlich den Jettelentender, deswegen gut, dass ich nicht in die andere Richtung erst gegangen bin. Ich weiß nicht, ob das nach dem Erscheinen gilt. Ich weiß eigentlich nicht, wie lange es sozusagen gilt. Das war Bugging, aber okay. Wieso rennt ihr denn in mich? Es hätte einfach wieder... Ich habe den Hit drüber gefällt. Ich hätte einfach noch zurückfahren müssen. Ich will es nur kurz rücken. Was? Wie war mir da Janice nicht an? Nichts, ich bin dann doch wieder auf. So. Erstmal wieder kaputt machen. Drenhook-Felten ist sehr positiv für mich. Aber ich denke mal, jetzt wird gleich der erste Dren angehen. Also, so viel lang kann es jetzt nicht dauern. Aber zwei, die Drenhook sind, das ist gut. Auch wenn es irgendwie in einem gewissen Sinne unfair ist. Aber ich kann nichts für, wenn die mir die ganzen Fälle in die Arme laufen. Das ist trotzdem noch sehr positiv. Das zählt auf jeden Fall für direkt danach schlagen. Das zählt auf jeden Fall für direkt danach schlagen. Ich glaube, er dachte nicht, dass ich das jetzt nicht verraten werde. Und das ist auch nicht. Und das ist auch nicht so. Und das ist auch nicht so. Ich glaube, er dachte nicht, dass ich das jetzt nicht verraten werde. da bin. Deswegen, das war gerade ein bisschen verwirrend. Jetzt ist er im Labor fertig, aber das ist okay. Man kann ja nicht immer alle Gents aufhalten. Aber ich meine, für die anderen Gents sieht das ja gut aus. So, die ist dead. Das ist auch gut. Weil dann haben die ein bisschen Pressure, weil einen haben sie jetzt abhoben und dann kann nur einer einen Gen machen. Und eine war jetzt hier irgendwo hinten bei mir. Das heißt, das ist auch schlecht. So, die ist auch dead. Jetzt sind wir noch zu zweit. Ich kann nichts dafür, wenn die mir die ganze Zeit in die Arme laufen und die da sind, wo ich hingehe. So? Dann hängen wir die auf dem Keller auf. Passt gerade. So schön. Das ist auch viel schwerer jetzt. Wir sind nur noch zu zweit. Ich kann mir so vorstellen, dass sie irgendwie ähm äh so sterben. Also hier jetzt zumindest. Maybe sie wird auch runtergeholt und ich gucke den David nicht direkt. Das könnte natürlich auch passieren. Ich bin halt so schnell über die Map. in der Zeit kann der David ja nicht mal gucken, wisst ihr? Ich meine, aber der ist schon da hinten. Oder er hat die Hedge. Ich hab die Hedge. Ich hab die Hedge. Und ich hab die Hedgeheiz. Oh Gott. Ich hab die Hedgeheiz. Das war ganz komisch, ich dachte schon, oh mein Gott, ich hab so verkackt. So. Aber er hat auch einen Raben, das heißt, er hat da ja wohl die ganze Zeit die Zeit kennen und sie wusste, dass er sie nicht holt. Finde ich ein bisschen unfair, aber naja, ich brauch die Punkte. Und das ist sehr gut. Die hatten nur zwei, ich glaub noch zwei oder drei Jones, die sie machen hätten müssen. Das ist für mich natürlich sehr gut. Die eine ist first tot gestorben, die ich gecallt habe. Er ist fett tot gestorben, aber war es natürlich auch sehr schnell. Die anderen beiden sind halt echt scheiße gewesen. Die hab ich ja gefühlt nach ein paar Sekunden Down gehabt, Leute. Neun Minuten, die ganze Runde und gefühlt der erste Joneser ist nach drei, vier, fünf Minuten geploppt oder so. Wenn ich spiele, ist der erst meistens der Astogenes oder auch, wenn ich als Killer meistens spiele, ist er viel, viel früher geploppt. Naja, was kann man denn noch dazu sagen? Es war ein Double Pip. Finde ich aber auch okay, weil, also das musste eigentlich ein Double Pip sein, weil wäre das kein Double Pip, es wäre irgendwie 8, 17, 10, 3, okay. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video bis dahin. Ciao, ciao.